Hallo und herzlich willkommen im Virus-Hauptquartier. Virus-Hauptquartier war eine Serie von Videoblogs, die ich 2009 anlässlich der Schweinegrippe gemacht habe, ziemlich gallig-satirisch. Und ihr könnt euch die Videos, die sind immer noch online, mal anschauen und dann vielleicht mit Entsetzen feststellen, dass das, was ich da satirisch versucht habe, total zu überdrehen, heutzutage anlässlich Corona von der Wirklichkeit übertroffen wurde. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten. Spiegel.de meldet heute keine neuen Fälle in China. Tja, liebe Anhänger der 5G-Hypothese, dass Corona, die Corona-Erkrankung von 5G verursacht wird, guckt doch mal nach, fragt in China mal nach, ob in China 5G jetzt abgeschaltet wurde oder ob da vielleicht ein ganz anderer Sachverhalt vorliegt. Also ich möchte gar nicht bestreiten, dass Mobilfunk schädlich ist. Ich habe das selber mal zu spüren bekommen, als ich ein Büro hatte, was auf Augenhöhe mit, naja, mehreren kleinen Antennenparks auf dem Dach eines Autohauses gewesen ist. Und das war nach einigen Wochen schon heftig. Das habe ich gespürt. Also ich will die Schäden durch Mobilfunk nicht kleinreden, aber Pandemien werden anders verursacht, meiner Meinung nach. Und ich befasse mich seit 20 Jahren mit Pandemien, mit virtuellen Pandemien. Dass China keine neuen Corona-Fälle mehr hat, liegt vielleicht auch daran, dass keine Corona-Tests mehr für China verfügbar sind, weil die verrückten Politiker und Gesundheitsoffiziellen in anderen Ländern jetzt alle Tests für sich beanspruchen. Passend dazu die Forderung von deutschen Epidemiologen, gestern auch auf spiegel.de zu lesen, Einschränke und die deutschen Epidemiologen fordern, Einschränkungen des öffentlichen Lebens sollen bleiben, bis ein Impfstoff verfügbar ist. Da kann ich nur sagen, Impfen macht frei. Das ist eine gigantische Image-Kampagne fürs Impfen. Wir werden so eingeschränkt. Wir werden quasi aufgefordert, mehr oder weniger freiwillig zu Hause zu bleiben, Sozialkontakte zu meiden, uns total einzuigeln. Und irgendwann dann kommt der rettende Impfstoff. Natürlich ist es ein Impfstoff, der wie alle anderen auch gar nicht nachweisen muss, dass er vor der Erkrankung auch tatsächlich schützt. Das ist ja eine der Hauptargumente der Impfkritik. Kein Impfstoff hat jemals eine Seuche beseitigt. Schaut mal auf YouTube meinen Film, Wir impfen nicht. Das ist ein 100-Minuten-Dokumentarfilm, wo auch nachgewiesen wird mit offiziellen Zahlen, dass kein Impfstoff jemals zur Reduzierung von Neuinfektionen beigetragen hat. Und das liegt einfach daran, dass die ganzen Immunfunktionen des Körpers ein bisschen anders aussehen, als die offizielle Medizin Glauben machen möchte. Antikörper sind nicht spezifisch nur auf einen Erreger oder auf einen Subtypen eines Erregers erschaffen vom Körper. Die müssen einfach nur an einer Außenhülle eines Erregers anhaften, um ihn zu markieren. Und die Irren von der Schulmedizin versuchen uns einzureden, für jeden Sub-Sub-Subtypen eines Grippevirus müsse man jetzt neue Komponenten in einen Impfstoff zufügen. Das Ganze zeigt sich schon an der Absurdität. Die spanische Grippe 2019 hatte eine Außenhülle, charakterisiert durch die Formel H1N1 und die Schweinegrippe ebenfalls. Das heißt, sie hatten die gleiche Verpackung, bloß da drin war ein angeblich anderes Virusgenom. Und dann können Antikörper nicht an eine identische Hülle anhaften, bloß weil da ein anderer Inhalt drin ist. Das ist ein so absurdes Modell und es ist einfach traurig, dass von den Massenmedien keiner die Absurditäten des Impfens jemals thematisiert hat. Weiter auf spiegel.de gestern oder vorgestern auch zu lesen, das Robert-Koch-Institut prognostiziert für Deutschland in den nächsten zwei Jahren 10 Millionen Corona-Infizierte. Das ist übrigens das gleiche Robert-Koch-Institut, das 1986 ebenfalls im Spiegel. Federführend war die RKI-Mitarbeiterin Johanna Lars-Sterr, hieß die, glaube ich. Die haben 1986 prognostiziert und das hat eine wahnsinnige Massenpanik ausgelöst in den Köpfen der Menschen, dass der letzte Deutsche 1993 an Aids erkranken und kurz darauf sterben wird. Also früher hieß es mal, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Aber bei den Pandemien wird diesen Horrorszenarien immer wieder geglaubt und die Massenmedien geben völlig unkritisch von irgendwelchen Wissenschaftlern, die sich wichtig tun wollen, diese irrsinnigen Prognosen weiter. Das RKI hat sich dann, ich habe über Aids ja auch ein Buch geschrieben, Mythos HIV, das Robert-Koch-Institut RKI hat sich dann damals auf Nachfrage mir gegenüber damit hinausgeredet, naja, die Safer-Sex-Kampagnen hätten das Ausbreiten der Seuche Aids verhindert. Das Lustige daran ist, wenn man sich die Zahlen der Kondomhersteller anguckt, wie viele Kondome pro Einwohner, Säuglinge und Altenheimbewohner mit eingeschlossen, wie der Absatz von Kondomen sich in der Zeit von Aids verändert hat, dann kommt man darauf, dass der Durchschnittsverbrauch von 1,8 Kondomen pro Einwohner und Jahr auf 2,1 gestiegen ist. Und dieser gigantische Zuwachs von 0,3 Gummis mehr pro Jahr soll das Ausbreiten einer absolut tödlichen, infektiösen und gefährlichen Seuche verhindert haben. Das, ja, sowas behaupten die Leute. Und da lacht keiner. Und das verstehe ich nicht. In den Beipackzetteln von Antikörpertests, wie sie jetzt auch bei Corona verwendet werden, steht immer drin, dass der Test alleine keine sichere Aussagekraft hat, sondern nur, wenn die klinischen Symptome zu der diagnostizierten Krankheit passen. Wie macht man das bei Corona, was ja doch ein ganz kleines bisschen grippeähnlich sein soll? Also, ich habe ja damals die Aids-Geschichte recherchiert. Das Lustigste, was ich da gelesen habe, war ein Antikörpertest, ein HIV-Antikörpertest von Abbott, wo drin stand, dass dieser Test keinen Nachweis von HI-Viren oder von HIV-Antikörpern im Blut darstellt. Da stand drin, dieser Test kann nicht das nachweisen, was da draufsteht. Und das ist absurd. Da fällt einem nichts mehr ein. Wird, und jetzt bei Corona und der Ähnlichkeit zur Grippe, werden da die Corona-Toten, sind das einfach umgegrippte Influenza-Fälle? Die Vermutung liegt wohl nicht allzu fern. Wie kommen die Bilder und die News aus Italien zustande mit den Lazaretten? Ich habe jetzt leider keine Augenzeugenberichte aus Italien, aus den roten gefährlichen Zonen. Aber stellt euch doch einfach mal vor, wenn man jeden Corona-Test-Positiven aus den Altenheimen rausholt und in Isolierungslazarette packt, wenn man jeden jungen Menschen mit Vorerkrankungen, der aufgrund der Vorerkrankungen dann Corona-Test-positiv ist, wenn man die alle einsammelt und in Lazarette sperrt und die Lazarette dann auch voll sind, dann kriegt man natürlich auch dramatische Bilder. Wobei, wenn es mit der Dramatik in der Wirklichkeit nicht funktioniert, dann haben die Systemmedien auch überhaupt kein Problem damit, sich diese dramatische Wirklichkeit zu schaffen, selber zu schaffen, selber zu kreieren. Und ich möchte euch an dieser Stelle ein Video zeigen, das ich vor einigen Jahren zu Ebola gemacht habe. Ebola, gekaufte Lügen in den Medien. Wer das Video schon kennt, der kann jetzt einfach ungefähr zweieinhalb Minuten vorspulen und dann geht es hier mit dem Blog weiter. Wie kommt ein Ebola-Bericht wie dieser hier der New York Times zustande, der den Menschen weltweit Angst vor Ebola machen soll? Man nehme einen Hinterhof in Monrovia. Man hänge dort ein Transparent auf und schon hat man den angeblichen Hintereingang des JFK Hospitals, das wegen Ebola überfüllt und geschlossen ist. Die Botschaft, die Menschen sterben vor den Toren der Krankenhäuser. Dann braucht man noch drei Laiendarsteller aus einem Slum, für die eine Handvoll Dollar eine Menge Geld ist. Einer hat den schmutzigsten Job, er wälzt sich auf dem Boden und stöhnt. Netterweise verkündet er nicht in seiner Muttersprache, sondern in Pidgin-Englisch, dass er des Todes ist, damit es für das amerikanische Zielpublikum auch authentisch wirkt. Er wälzt und quält sich, er ist dem Tode nah. Dabei sieht er weder krank noch unterernährt aus. Rein äußerlich ein kerngesunder Mann, ohne die angeblich Ebola-typischen offenen Wunden. Doch laut seinem angeblichen Vater hat er seit Tagen nur Durchfall und Erbrechen. Dumm nur, dass der Todkranke auf einer späteren Stelle des Videos plötzlich von den Sterbenden auferstanden ist. Ein Fall von Spontanheilung oder wartet er nur auf sein Honorar? Währenddessen ist sein Vater bereits mit seinem Geld, es sieht aus wie frisch aus dem Geldautomaten, schon ausgezahlt worden und geht, ohne seinen angeblichen Sohn, in aller Ruhe zufrieden nach Hause. Das ist Ebola. Gekaufte Lügen, die als Umsatzmotor für die bei Ebola geplanten weltweiten genetischen Impfungen dienen sollen. Ja, Toilettenpapier ist... Ich kann leider immer noch nicht so viel fressen, wie ich ausscheiden möchte. Toilettenpapier ist nach wie vor ganz schwer zu bekommen. Und das liegt vermutlich an einer Medienmeldung vor einigen Tagen, dass 30% der Corona-Test-Positiven auch Durchfall hätten. Meine persönliche Hypothese dazu ist, dass den Leuten hat man so viel Angst. Du hast Corona! Und dann haben die Leute einfach, das weiß man ja, dass Angstzustände ganz heftig auf die Verdauung stoßen. Und dann haben die Leute einfach vor lauter Angst Dünnpfiff bekommen. Und deswegen wird das Toilettenpapier gehortet. Also falls irgendeiner von euch mir eine Toilettenpapierrolle schicken möchte, meins geht auch langsam zur Neige. Bitte seid so gut und helft mir aus. Diese ganze Geschichte, die sich im Moment abspielt, erinnert mich ein bisschen an das Märchen des Kaisers neue Viren, äh, des Kaisers neue Kleider, wo ja alle so tun, als würde der Kaiser wunderschöne, wunderschöne Kleider tragen und in Wirklichkeit läuft er in Unterwäsche herum, weil es des Kaisers neue Kleider nicht gibt. Und genauso ist das mit den Pandemieviren. Die gibt es nicht. Und das Einzige, was heutzutage noch fehlt, ist, dass irgendjemand aufsteht und ganz laut sagt, und vielleicht traut sich auch mal irgendein Mainstream-Journalist, vielleicht traut sich auch die, traut sich auch endlich mal der Verschwörungsboulever, also die Leute, die mit den absurdesten Hypothesen über die Ursachen der momentanen Situation daherkommen, zu sagen, Leute, da ist überhaupt nichts dran. Das ist eine virtuelle Geschichte. Und sobald die ersten Stimmen, zumindest aus den Mainstream-Medien, mal richtig laut sagen, da ist doch gar nichts dran, was soll der ganze Scheiß? Fahren wir jetzt die ganze Weltwirtschaft an die Wand? Machen wir jetzt die Hälfte der Menschen arbeitslos? Entziehen wir uns unserer Existenzgrundlage? Sobald das mal thematisiert wird, bricht dieses ganze Lügengespinst mit des Kaisers neue Viren auch in sich zusammen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Es bedarf nur eines kleinen, aber wirksamen Anstoßes. Und wir haben diesen ganzen Wahnsinn endlich hinter uns. Ich denke dieser Tage oft an Mahatma Gandhi. Wie ist Mahatma Gandhi mit der englischen Besatzungsmacht umgegangen? Und daraus können wir vielleicht lernen, wie wir mit der Einschränkung unserer persönlichen Freiheiten umgehen können. Das war ein friedlicher, liebevoller Widerstand. Und ich denke, wenn wir friedlich und liebevoll bleiben, kann uns keiner zwingen, bei diesem Wahnsinn mitzumachen. Ein Wort noch zu einem Liebling der Medien in den vergangenen Jahren, zu den Influenza, zu den Grippeviren. Die können einem ja richtig leid tun. Dass im Moment alle nur über Corona reden, muss denen doch so etwas auf das Selbstwertgefühl schlagen. Mein Gott, die armen Influenza-Viren. Keiner redet mehr über sie. Wir müssen die sich fühlen. Total ignoriert und unbeachtet. Das Robert-Koch-Institut meldet ja oder vielmehr eine Arbeitsgemeinschaft AGI, die Arbeitsgemeinschaft Influenza, das sind die Influenza-Impfstoffhersteller, die behaupten ja jedes Jahr bis zu 30.000 Grippetote. Nehmen wir mal abgesehen davon, dass die einfach die Wintersterblichkeit nehmen, die im Winter höher ist als im Sommer. Also Wintersterblichkeit minus Sommersterblichkeit gleich Influenza-Tote. Das ist natürlich ein ganz absurdes Modell. Entschuldigung, mein Handy klingelt ab und zu. Das ist natürlich ein ganz absurdes Rechenmodell. Aber nehmen wir es mal kurz ernst. 30.000 Influenza-Tote jedes Jahr. Was sind da acht? Und dann macht man wegen acht oder wie viele Corona-Fälle sind es mittlerweile in Deutschland? Da macht man so ein Affentheater? Und damit bin ich auch schon beim Schlusswort. Leute, lasst euch nicht einschränken, aber bleibt friedlich und liebevoll dabei. Macht Witze über den Wahnsinn. Sprecht andere Menschen an. Und ihr werdet sehen, dass nicht nur ihr denkt, dass die da oben, also diese Marionetten, alle vollkommen verrückt geworden sind und völlig überzogen reagieren. Macht vielleicht Flashmob-Aktionen. Oder legt euch einen Mundschutz an, wo Viruswahn 2020 draufsteht. Tut irgendwas. Lasst euch nicht einigeln. Bleibt bei euch. Bleibt friedlich. Bleibt kraftvoll. Alles Gute. Bis bald.